Guten Morgen ihr Lieben! Wir wollen euch heute mal anhand der Huskys zeigen, dass man Hunde, auch wenn sie weit weg sind, kontrollieren kann und lenken kann. Wir kriegen immer wieder zu hören, dass die Hunde, gerade wenn sie im Fuß sind, nicht vorgelaufen sollen, weil man sie dann nicht mehr kontrollieren kann. Wir wollen euch jetzt mal zeigen, dass es auch anders geht. Wir kommen gleich an eine Kreuzung, wo wir normalerweise immer rechts abbiegen. Heute wollen wir aber links. Das heißt, wir werden wahrscheinlich eine kleine Diskussion haben, dass wir auch wirklich links abbiegen. Ihr seht gleich, ich habe nichts außer meiner Stimme und meinen Willen, um dem Hunden zu sagen, dass wir nach links wollen. Und los geht's! Go! In die links, links, in die links, weiter links, links, groß, schön. In die links, 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 in die links, links, links. Ihr habt gerade gesehen, wir sind ein Stück Hauptstraße gefahren und da fahren wir normalerweise nie lang, weil da viel Verkehr ist. Heute konnten wir da lang fahren, da aufgrund von Corona hier nichts los ist. Und sind dann links abgebogen, also ein Weg, den die Hunde überhaupt nicht kannten, wo sie ein bisschen den Weg suchen mussten, was eine kleine Diskussion hervorgebracht hat. Und ihr habt gesehen, ohne dass ich irgendwas in der Hand hatte, ohne dass ich irgendwie eingreifen konnte, sind die Hunde links abgebogen. Hey, hey! Ruhe! Magic, lass es! Magic! Ruhe!